hallo und ein herzliches willkommen zurück meine lieben freunde ja wir sind wieder zurück denn es ist wieder zeit an der gewinnspielauslosung vor zwei wochen haben wir wieder ein gewinnspiel gemacht und heute ist wieder zeit die gewinner festzustellen ja wir haben ein paar leute diesmal leider weniger wie sonst was ein bisschen traurig ist schade eigentlich kommt so ein bisschen rüber als wie wenn der trott einfach schon drin ist ja die bringen ja eh gewinnspiele weshalb wir auch beschlossen haben das nächste gewinnspiel nächste woche erst zu starten damit einfach ein bisschen zeit dazwischen ist schon mal gemacht eins bis zwei wochen zeit lassen denn ein neues gewinnspiel dann gab es wieder neuen schwung rein ja das haben wir zwei wieder machen und das video wurde auch nicht komplett gesehen von manchen leuten das haben wir auch festgestellt aber die meisten die meisten haben es gemacht muss ich sagen also von den acht leuten die wir haben haben sechs leute wirklich wie du bis zum ende gemacht angeguckt und dann wirklich auch die zwei herzler immer am ende gemacht gehabt da war ich echt so ein bisschen bisschen stolz drauf ist eine gute rate aber wir werden jetzt die gewinner auslosen die fünf pakete die wir haben und ja schauen wir mal wer gewinnt und wer nicht so du darfst wieder auslosen und zwar hier haben wir auch den sidney er meinte nämlich von wegen ja erst mal in seine sonderzeichen meistens nie daran aber wir seht wir haben hier gar keine sonderzeichen mit drinnen deswegen der erste ist simon und kriegst das erste paket mal wieder mal wieder eine als zweite mal von den vier gewinnspielen jetzt haben ja so kann es laufen wenn man öfters mit macht so ist immer noch muss erstmal raus sonst kann er noch mal gewinnen das geht nicht auch cool fünf pakete gewinnen so der zweite gewinner ist ja ja wo du hast auch gewonnen herzlichen glückwunsch 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 ich bin gerade aus dem bild das macht gerade nix ihr müsst mir gerade bloß so ich kopiere das gleich bloß bitte so viele bleiben ja nicht mehr übrig so und dann machen wir gleich der dritte gewinner im bunde ist ja andreas m glückwunsch 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 so noch zwei hammer und fünf leute york hat auch wieder ein paket gewonnen auch dankeschön mal wieder für das fleißige teilen das ist genau�나 video ist ja wirklich ein etwas gedrückt ich habe haben herr ALL4 an der tastatur lange fingernägel passt also da muss ich jetzt hier б拡ächtig so den wollte ich noch raus machen so einer kann noch gewinnen von den vier und das sind gerade die vier die eigentlich nur selten was gewonnen haben so schauen wir mal und Tobi kriegt das letzte Paket von den fünf ja schade an die letzten drei die nicht gewonnen haben aber es kommen ja noch weitere Gewinnspiele genau da kommt ja noch einiges einfach weiter mitmachen da werdet ihr sicher noch gewinnen und was abstauben die besten Sachen kommen ja noch dann haben wir noch einiges Zeug wie von Need for Speed haben wir solche Notizbücher diese geilen Notizbücher diese ultra geilen Notizbücher ich habe auch eins bekommen von den Notizbüchern aber die sind so schön ich weiß nicht was ich da reinschreiben soll weil sie so wertvoll sind genau dann haben wir von Farming Simulation haben wir so Schweinchen und Strohhüte bekommen das waren Kühe Kühe was das war ja alles mögliche was wir da bekommen haben da kommt noch cooles Zeug in der Final Fantasy T-Shirts haben wir noch Black Ops T-Shirts haben wir noch oh ja also ja da kommt noch einiges Zeug auf euch zu aber das wie gesagt erst in 1-2 Wochen danke nochmal an alle Teilnehmer die mitgemacht haben und uns fleißig weiter supporten und alle Gewinner einfach mir wieder privat schreiben weil Adressen habe ich so gut wie nicht mehr weil ich lösche die ja eigentlich gleich weil es soll ja so sein dass keine Daten weitergeleitet werden und die Pakete kriegt ihr sobald ihr wieder wenn ich alle Adressen habe dann schicke ich die Pakete los das ging ja alles immer ruckzuck recht fixer genau auch die Pakete bekommen haben wir gleich angeschrieben dass sie sie haben und ja freut mich echt dass ihr fleißig mitmacht und ja lasst einen Daumen, Kommentar da und supportet uns weiter fleißig dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder genau bis dann ciao 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017